Ein Vater macht mit seinen Kindern eine Wanderung im Wald. Plötzlich ist seine kleine Tochter verschwunden. Polizeifeuerwehr und Eltern suchen verzweifelt nach der Zweijährigen. Zunächst vergeblich. Ein kleines Mädchen hat hohes Fieber und atmet nicht mehr. Der Vater gerät in Panik. Er will die Tochter ins Krankenhaus bringen. Die Polizei bahnt ihm den Weg, doch dabei passiert ein Unfall. Nächstes Mal in Notruf täglich.